Hier klicken wir nun auf Jetzt beanspruchen und kommen auf die Startseite von TipBet, auf der wir uns nun registrieren müssen. Die Registrierung bei TipBet ist relativ übersichtlich gehalten. Das Ganze ist auf einer Seite zusammengefasst und am Ende müssen wir nur unten auf Jetzt kostenlos anmelden klicken, um unser Konto zu eröffnen. Hat das Ganze geklappt, klicken wir nun auf Einzahlen und wir sehen hier sämtliche Einzahlungsmethoden, die wir nutzen können. Und ganz unten auf der Seite sehen wir, dass wir einen Bonus auswählen können. Hier ist es ganz wichtig, dass wir auch den 100% Bonus auswählen. Ich werde nun 10 Euro einzahlen, das heißt, ich müsste gleich 20 Euro auf meinem Konto haben. Und wie wir jetzt sehen werden, habe ich oben bei Sportwetten jetzt schon 20 Euro stehen. Wir gucken uns das Ganze noch einmal kurz in der Kontoübersicht an, damit wir sehen, dass sich das Ganze aus der 10 Euro PaySafe Card und aus einem 10 Euro Bonus zusammensetzt. Die Umsatzbedingungen für diesen Bonus bei TipBet sind doch etwas anspruchsvoller. Und zwar muss man hier den Bonus innerhalb von 30 Tagen 10 Mal umsetzen.